Und damit ein Hallöchen zu hier zurück bei Planet Coaster, festliche Feiertagsparks. Sind wir noch nicht so ganz durch hier. Es fehlt noch genau eine Sache, die wir dann zu erledigen hätten. Und zwar sind das hier 1600 Gäste. Das sollte ganz gut funktionieren in der Form, dass die Leute erstmal sehr glücklich sind. Das ist schön. Bis auf, naja, Kotze vorbei. Bei den Temperaturen sollte Kotze ziemlich festfrieren. Wahrscheinlich ist das das Problem. Die rutschten einfach drauf aus. Hm, ich weiß nicht. Schön, dass wir mit der Bahn genau gar nichts mehr gemacht haben. Die ist halt da. Die läuft die ganze Zeit, die fährt die ganze Zeit hier. Ich meine, Leute scheinen sich zu freuen. Aber wir haben die am Anfang mal gebaut. Seitdem haben wir die gefühlt nie mehr beachtet, ernsthaft. Stattdessen ist der ganze Rest hier drum herum gewachsen. Und im Moment wächst hier gerade eine weitere Achterbahn, die nett ist. Aber ich glaube, da muss ich nochmal kurz mitfahren, um zu gucken, was ich eigentlich vorgehabt habe. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, da muss ich gleich mal mitfahren. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich gerade irgendwelche Werbeaktionen hier am Laufen habe. Das ist ein Personal. Habe ich... Da, das ist okay. Ja, die können da... Ich haue dir auch nochmal hier einen raus, da nach oben. Lass ich dich auch nochmal aufsteigen, damit die ein bisschen fleißiger sind. Weil Kotz ist tendenziell eher so eine Sache, die dann weggefordelt werden sollte. Ähm, die sind begrenzt zufrieden hier. Obwohl der eigentlich einen ganzen Berg an Kohle kriegt, ne? Eigentlich eine Frechheit, sagen wir es mal so. Dass die dann auch noch hier am Jammern und Meckern sind. Den geht's gut. Joa, den geht super. Äh, Bilanz ist nicht so überzeugend. Habe ich gerade mal einen Krediter aufgenommen. Ich habe keinen Kredit. Ich bin erstaunt. Nennen das mal so. Ah, den geht's echt gut hier, ne? Die haben so viel schöne, schöne Sachen, bis auf die Kotze halt. Ansonsten geht das echt gut. So. Kollegen, äh, wollen wir mal hier gucken, äh, was Ding so macht hier. Fährt das Teil? Hallo? Hallo? Ich würde gerne mitfahren. Hallo? Ähm. Ah. Ich muss halt mal gucken, wie im Moment, was im Moment so geht und was auch nicht. Um nochmal wieder reinzukommen. Hier ist immer, wenn man dann, äh, neu wieder ansetzt, ist es manchmal nicht so einfach. Es ist einfach, sich den genau vorzustellen oder da herauszufinden, womit das Toilette hier aufgehört hat. Und wie es dann weitergehen könnte. Deswegen mache ich das gerade mal. Bisschen nicht so lang. Ich weiß, dass wir hier diese, diese Schweineohr hier hingebaut haben. Diese Schweineohr-Looping, ne? Die, das beliebte Gebäck aus Blätterteig mit Schokolade dran gepatscht. Oder ne, äh, mit, mit, äh, einfach mit Zucker war das, ne? Von den Schweineohren gibt es, glaube ich, beides. Mit Zucker und auch mit Schokolade. Ja, aber das ist gut bisher. Wobei die Abfahrt schon ein bisschen hart ist. Und das ist auch als Ende vielleicht noch ein bisschen hart. Nennen wir es mal so. Ne, die, äh, die Abfahrt hier, die kommt schon sehr überraschend. Also das ist, da wird man so richtig aus dem, aus dem, aus dem Ding rausgerissen hier. Da kann ich nochmal ein bisschen was anläppen, glaube ich. Die kann ruhig einen Ticken früher kommen hier. Naja, genau so macht man es nicht. Zusammen ein bisschen runter hier. Ja, das ist ja, der Huggel ist schon in Ordnung. Ähm, hier ist halt die Frage, wie es danach dann weitergeht, ne? Ähm, Looping kriege ich ja hin. Weil das ist ja so eine, so eine... Na, was ist denn das für eine, für eine Bahn? So eine kombinierte halt. Ah, es ist ja keine... Ah, jetzt nochmal Looping hier nochmal eine Schraube durch. Das wäre natürlich Deluxe. Ich glaube, von der Höhe her passt das aber nicht so ganz. Ich finde es halt interessant, wie das ganze Gerüst hier dann halt aufgebaut ist, ne? Das sieht halt so... Das sieht halt schon sehr seltsam aus. Sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich zielführend ist, was hier gerade mal passiert. Wenn man da nochmal so eine Schraube rausbaut hier. Ich meine, es wäre schön, klar. Aber... Ähm... Im Moment kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, dass das Ding nochmal irgendwie schön wird. An der Stelle. Da müsste ich tatsächlich eher zur anderen Seite aus... Äh... Rausbauen. Oder halt. Ah, wie mache ich das? Das ist eine gute, gute, gute Frage. Das ist komplett falsch hier. Ne, ich komme da nicht hin, glaube ich. Nicht so, wie ich das vorher habe hier oder vorher hätte. Das ist natürlich auch sehr nett, aber ich glaube, das geht damit auch gar nicht. Ne, muss ich nochmal zurückbauen hier. Muss ich nochmal zur anderen Seite hin. Oder ich muss den Ansatz hier komplett anders machen. Das geht natürlich auch. Aber ich kann nicht ernsthaft hier jetzt nach oben bauen in dem Sinne, ne? Ist fast ein bisschen schade jetzt hier. Einfach wieder rausdrehen, das ist auch albern. Das heißt, ich... Entweder ich muss den Ansatz hier anders fortführen. Ups. Also anders hier anfangen. Aber an sich würde ich das schon ganz gerne haben. Weil das schon sehr hart und schnell ist. Machen wir das mal so ein bisschen größer. Das ist insgesamt halt ziemlich böse schnell, glaube ich. Ich muss gleich einfach mal ein ganzes Stück gerade führen hier. Lass man hier einfach mal so ein ganzes Stück lang mit hoher Geschwindigkeit über den Boden rast. Ich glaube, das ist gar nicht mal so unwichtig. Dass man sowas hier auch nochmal mit reinbaut. Und dann kann man meinetwegen nochmal hier zur anderen Seite hin direkt hingeschleudert werden. Dass man hier mit Schwung rankommt. Und dann geht es nochmal rund. Dann geht es nochmal... Dann gibt es nochmal sowas hier. Also total schön. Wie kriege ich das denn wenigstens jetzt hin hier? Das ist ja komplett unbegründet, warum das so gehen sollte hier. Warum man in diese Richtung baut. Weil es ist auch viel zu langsam an der Stelle eigentlich. So wie es scheint. Aber ich probiere das mal aus. Zumindest der Teil funktioniert schon mal hier. Ist aber sehr... Also knapp. Das... Wird interessant. Mindestens. Ist halt die Frage, ob es schön wird. Ich weiß halt nicht ehrlich gesagt, wie viel Schwung hier vorne noch vorhanden ist. Insgesamt an dieser Stelle. Vermutlich nicht so wahnsinnig viel. Vermutlich nicht. Ich brauche einfach mal wild in die Gegend hier. Ich hoffe mal... Na, es könnte knapp werden. Weil es cool wäre hier nochmal rüber zu kommen. Ja. Es ist halt wieder sehr untypisch für... 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 Für diesen Bahnsteel, würde ich mal behaupten. Wobei hier so ein paar Huggel reinzubauen, ist glaube ich nicht verkehrt. Aber ich glaube nicht, dass das so im Sinne des Erfinders ist hier. Dass das ich hier mache. So ziemlich alles nicht. Kann ich da direkt mitfahren? Doch, hier kann ich direkt mitfahren. Oh! Das ist schon ziemlich lahm jetzt hier. Komme ich da überhaupt hoch? Okay, das geht hoch. Warte mal, ich muss da nochmal komplett mitfahren. Wenn es dann direkt nochmal weiter geht hier. Ich glaube, diese eine ist... Diese weitere Schraube oder Überschlag oder was auch immer das ist. Dies ist das... Das Ding hier. Das muss ich nochmal überarbeiten. Da hängt man, glaube ich, sehr viel zu lange einfach mal über Kopf in der Luft. Und wird quasi aus dem Sitz rausgezogen. Dafür, dass das hier eine... Na, wobei, man ist schon ordentlich festgeschraubt hier. Das geht. Man ist schon ordentlich festgemacht hier. Das Ding ist, glaube ich, auf älter getrimmt, als es wirklich ist. Mit der Konstruktion hier. Mit den ganzen Halterungen hier. Das ist schon... Man ist schon ordentlich an der Bahn fest, meine ich. Das mit dem Huckel ist ganz cool hier. Wir können ein bisschen weiter nach links, aber das... Ansonsten... Magst du ja immer gerne, wenn die Bahn sich zwischendurch nochmal selber quasi im Weg steht und kreuz. So ein geschmeidiges Looping. Man merkt aber, dass die relativ schnell langsamer wird. Ach, das ist eine schöne rausgezogen Strecke hier. Okay. Das muss schneller gehen. Und hier muss ich auch gar nicht so hoch bauen. Jetzt fehlt mir fast schon ein bisschen Schwung hierbei, muss ich sagen. Erstmal muss das letzte nochmal rückgängig gemacht werden hier. Da muss ich... Da darf ich nicht so hoch gehen hier. Das ist schon mal so ein bisschen hart jetzt hier. Okay, machen wir es noch härter. Nein, nicht ganz so übertrieben vielleicht. Das letzte Stück muss einfach nicht ganz so steil dann gehen hier. So ein bisschen gewackelt ist nicht verkehrt. Ähm... Ich hätte es an sich gerne, dass ich hier jetzt nochmal so eine... Dass ich hier nochmal so eine... Ähm... Wer heißt das? Hier drunter... So eine... Das heißt nicht Corkscrew, oder? Nicht ganz direkt. Ihr wisst schon, dass man da einfach so runter... Re... 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 Reißt? Reißt? Innerhalb von einer runden Rundung. Wer ist das offiziell? Äh... So ein Ding. Geneigter Loop. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Nicht komplett. Ich muss mir echt öfter mit diesen vorgefertigten Sachen da bauen. Die sind eigentlich ganz cool. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Ja, so ein Ding halt. Helix. Genau, eine Helix war das. Helix. Guten Tag. Mein Name ist Helix. Äh... Okay, das ist schon recht hoch. Problem ist, dass die Helix... Also es ist... Im Moment... Im Prinzip müsste ich hier quasi nochmal den Boden ein bisschen senken. Was ein bisschen kontraproduktiv wäre. Weil dann die Stangen hier noch länger werden. Aber es wäre... Es würde halt helfen. In der Stelle. An der Stelle. In der Form. Problem ist, man sieht halt nichts jetzt, ne? Man sieht halt nichts. Äh... Anderes Problem ist, da ist eine Strecke im Weg. Ziemlich. Ah, das ist das wunderschönste Helix, die man sich vorstellen kann. Das ist toll. Schwung will wahrscheinlich an keiner Stelle reichen. Ich sollte kein Achterbahnkonstrukteur werden. Obwohl ich das durchaus spannend fände. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sollte man ein bisschen anders bauen als hier jetzt. Mal... ...so betrachtet. So, man kann hier dann... Es wäre lustig, wenn man da nochmal drunter durchfahren würde. Das wäre lustig. Ah, so viel Rumgewelle hier, ne? Das ist toll. Ähm... Moa? Ich habe keine Ahnung, wie viel Schwung hier noch sein wird. Das werden wir gleich sehen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine recht gemütliche Fahrt hier. Ich wüsste auf, dass man hier vielleicht sterben könnte. Aber ansonsten, ähm... Geht's. Wenn ich das hier dann nochmal relativ flott rum... Äh... ...rumziehe... ...kann man sogar auch nochmal hier runterbauen. Aber man sollte das nicht übertreiben jetzt hier. Dass man hier vielleicht die Zugänge zu der Bahn dann noch nochmal überirdisch macht an der Stelle. Also, nicht überirdisch, aber halt über die Bahn hier drüber baut. Das wäre sicherlich nicht komplett falsch. Fährt man hier unten halt nochmal ein bisschen schwungvoller lang. Hat dann nochmal ein bisschen Spaß hier. Kann er drunter durch? Ne. Schade. Das ist natürlich die aufregendste Stelle jetzt hier vorne, ne? Dann machen wir den Ausgang halt nochmal hier drunter. So, nochmal so ein kleiner, kleiner Hugel rein hier und dann ist gut. Habe ich kein... Ich habe kein Geld mehr. Geil. Zumindest gleich nicht. Tja, ob mir die Bahn gefällt... Äh... Pfff... Sie... Sie könnte länger sein, sagen wir es mal so. Aber ansonsten, es ist okay. Sieht aber immer noch nach einer furchtbaren Konstruktion aus. Mal ganz ehrlich. Ich kann sie, glaube ich, im Moment nicht länger bauen, weil der Schwung mittlerweile doch ziemlich... Ziemlich schmal ist. Da zieht es die Leute dann nochmal hoch, ne? Nochmal hier zuletzt nochmal, dass die ein bisschen Brechrät kriegen. Und dann ist alles gut. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein paar Leute anziehen. Gut, ich bin kein Klamottengeschäft, aber vielleicht kann man die trotzdem hier anziehen. Man weiß es nicht. Wollen wir uns die fehlgeschlagen? Weil kein Geld, oder weswegen genau? Kostet dann um die... Ähm... 120? Ne, warte mal. 410 habe ich. So. Jetzt muss noch ein bisschen schräg geschraubt werden. Also ich bin quasi jetzt eine Schrägschraube. So. Das sollte gehen, theoretisch. Es wäre schön, hier vorne nochmal irgendwie so ein bisschen... Ja, hier noch einen Hugel da reinzubauen. Ich weiß es nicht. Das wäre okay, aber es wäre eine komische Fahrt, glaube ich. An sich wäre es schön, hier vorne nochmal ordentlich Schwung zu haben. Aber es wäre auch langweilig, wenn es dann einfach nur... ...es Stück lang gerade hier rum berserkert. Oder? Ist das zu langweilig? Eigentlich nicht, ne? Sollte wahrscheinlich gehen. Dann ziehe ich das hier halt nochmal ein bisschen höher. Oh. Klappt super. Das wäre auch mal sehr interessant. Das... Uiuiui. Ne, das ist komisch. Machen wir es so. Haben wir da zwei Hügel drinne. Geht bestimmt gut. So. Das letzte Stück nochmal ein bisschen runter hier. Und dann ist gut. Hier könnte noch eine... ...hier eine Bremse rein, ne? Nicht genug Geld oder was? Trimbracks. Trimbrackes. Sind die jetzt drin oder nicht? Sind die Breaks? Ich sehe nichts Breaksiges. Jetzt sollte ich genug Geld haben. Da sind Breaks, genau. Wunderbar. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt, die nicht da sind noch. Ich muss dann nochmal kurz mitfahren. Ja, es ist schon schön, dass man das hier sieht. Aber ich glaube, das ist noch nicht... Achso, halt. Das Lüpingchen hier. Habe ich eigentlich runtergezogen. Warte mal. Das habe ich ja gar nicht verringert hier. Von der ganzen Geschichte hier. Das ist ein bisschen komisch vom Aufbau jetzt, das ganze Gerät hier. Ähm... Kann ich das runterziehen hier überhaupt? Das ist jetzt mal die Frage, weil hier vorne... ...ist der Spielraum, glaube ich, eher begrenzt. Das geht, ja. Das geht. Hier kann man auch noch ein bisschen schneller durch. So tiefer. Da muss man gar nicht mal extra hoch dann noch. Ja, ach du Lüx. Weinen dann doch, dann kann man hier doch ein bisschen hoch. Ich mag es ja, wenn man mit hoher Geschwindigkeit irgendwo durchrauscht. Inzwischen durch so ein Hügelchen ist auch nicht verkehrt. Wenn hier das noch mal ein bisschen ein kleines bisschen hoch macht. So in der Mitte hier. Und dann kann man nochmal hier mit Schwung und einem Karacho da durch. Ja, das ist deutlich besser. Das sieht nach sehr viel mehr Spaß aus. Woher das schon sehr schräg ist hier. Oh, Entschuldigung. Sorry. Sorry. Oh ja, doch, doch, doch. Das ist besser. Das ist besser hier. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob man das noch... Also es ist halt insgesamt sehr... Okay, das wird ein bisschen schmaler hier. Hier, 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 hier gemacht. Ja, das ist doch... Yo, 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 yo. Das sieht deutlich schöner aus. Ist halt... Also der Schwung ist halt begrenzt, ne? An der Stelle würde ich sagen. Deswegen muss ich da gerade mal gucken, wie man da überhaupt hinkommt an der Stelle. Es wäre halt schön, wenn das Ding hier tatsächlich noch mehr zur Seite da zeigt. Das ist die falsche Seite. Das kann ich glaube ich nicht komplett bewegen, ne? Kann ich glaube ich hier nur sagen, ey, hier das Stück... Ein bisschen runter. Naja, naja, so ungefähr halt. Das sieht schöner aus, denn... Ich glaube, das ziehe ich auch nochmal früher runter hier. Das ist zwar ganz geckig, aber das bringt es auch nicht so ganz. Hätte ich mal gesagt. Ich hätte gerne mehr Stellen, wo man mit höherer Geschwindigkeit fährt. Das habe ich tatsächlich relativ wenig bei manchen Bahnen. Dass man halt ziemlich viel einfach mal nur langsam fährt. Aber das ist gar nicht mehr immer so gut. Hier noch mehr runter wäre natürlich auch schön, aber ich glaube... Ne. Okay, da ziehe ich mich durchs ganze Looping dann schneller durch. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Haben wir mal so gesehen. Ja, das geht auch, klar. Dass man hier nachher so ein bisschen Schwung bekommt. Wobei ich das dann auch noch ein bisschen rausziehen könnte hier, ne? Ja, Deluxe. Warte mal. Ich muss mal mitfahren hier nochmal. Ich weiß, das sage ich ständig, aber... Nochmal so ein... Naja. Abschließender Test. Einigermaßen abschließend. Ich hoffe, dass ich dann noch so ein paar Lättungen da reinbaue. Aber dass man grob von der Idee her schon mal weiß, wie das dann vom Schwung ist überall. Das ist für mich irgendwie der erste... Der erste wichtige Schritt, dass ich weiß, ey... Äh... Ich komme überall mit einem... Zumindest gewissen Schwung vorbei. Und dann kann man auch so ein bisschen angleichen, wie glatt man da durchkommt. Wo nochmal ein Huggel ist, wo nochmal die Schräglage korrigiert werden müsste. Das ist irgendwie meine Vorgehensweise mittlerweile. Das hat ein bisschen schneller gemacht jetzt hier. Das tut dem nicht unbedingt verkehrt. Das ist tatsächlich ein bisschen ruckelig. Hier brettert man noch ziemlich flott wieder vorbei. Da sind die Balken sehr dicht dran. Das sind hohe G-Kräfte. Äh... In der Mitte ist man noch gar nicht mal so langsam. Es geht. Das hier ist jetzt halt nur sehr träge. Diese Helix hier ist ziemlich ungeil. Da würde ich zum Ende tatsächlich auch... Das ist zu langsam. Das ist zum Ende... Zum einen ist es recht langsam. Zum anderen ist es doch recht ruckhaft. Das ist eigentlich eine blöde Kombination hier. Ähm... Das muss mal einbleiben hier, glaube ich. Aber das hier vorne muss dann runter wieder. Das fand ich besser. Ähm... Das hier war zu ruckhaft. An sich kann das hier gerne ein bisschen tiefer sein noch. Aber das war zu ruckhaft hier. Das bin eh nicht mehr so knalleschnell hier. Zurückfreie Schrägleitung... Äh... Was? Ruckfreie Schrägschläge. Genau. Muss ich mir öfter benutzen. Das ist ja ganz cool. Das ist halt zu hoch hier. Äh... Das kann ich auch noch mal ein bisschen runter... Kann ich fast hier in den Huckel bohren. So ein kleiner und dann da halt nochmal. Ist halt in dem Sinne nicht wirklich... Ähm... Nicht wirklich... Nicht wirklich aufregend, ne? Wenn man das so will. Was da an der Stelle passiert. Im Prinzip passiert ja nicht viel. Man fährt hier halt hoch und dann fährt man halt hoch. Ich würde... Die Ecke hier würde ich gerne ein bisschen noch runterziehen. Das geht nicht so ganz gut. Na wobei, das sieht schon besser aus hier. Das darf gerne noch ein bisschen weiter zur Seite hier. Dann darf es aber auch tatsächlich hier ganz unten bleiben. Ja. Und am Ende nochmal so ein bisschen kleinen Schwung hat. Nur mal kurz hier rausgerissen wird. Aus seiner... Aus... 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 Aus seine Trägen herumfahrt. Das hier muss halt deutlich anders. Das muss... Das war nicht aufregend hier. Kein Stück. Jetzt... Oh, wenn man die Bahn so baut. Okay, das sieht so ungesund aus. Ähm... Ja, komm mal da vorbei. Das Ganze wäre natürlich nett, wenn das hier insgesamt halt... Ähm... Mehr zur Seite gezogen wäre. Das ist halt das Problem, dass das andere Stück da am Weg ist. Ja. Das ist falsch. Weil das gar nicht mal so falsch ist. Wenn man das eng genug baut... Sollte das schon ein bisschen für Stimmung sorgen hier. Ist jetzt nur ein bisschen... Ist denn sehr brutal. Bin mal gespannt. Ob ich das hier gut hinbekommen kann. Also... Einigermaßen gut. Und ich muss halt schauen... Und quasi an welcher Stelle ich das hier... Vergeige und wo genau nicht... Ist auch ein... Auch kreativer Ansatz, ja. Wenn man das nicht automatisch machen lässt. Aber ich glaube, das geht nicht so ganz... Im Prinzip müsste ich hier halt noch ein bisschen weiter raus vorher. Dass man hier halt noch... Ein bisschen weiter... So schräg lang fährt. Na? Letztendlich mal so ein flottes Ründchen raushaut. Man ist halt sehr schräg die ganze Zeit, ne? Am Anfang. Das sieht drunter an sich aber nicht der verkehrte Ort, glaube ich. Das ist okay. Das darf aber gerne noch hier raus. Das ist schön, wie man das auch... Dieses Auto-Vervollständigung hier mittendrin halt benutzen kann, ne? Ah, das sieht sehr viel geschmeidiger aus als vorher. Aber mal so richtig... Ah, das ist mal so richtig viel deutlicher hier. Das ist schön. Das darf dann gerne... Das ist ja schön, wenn man die Abschnitte quasi nach und nach durchschalten könnte. Einfach mit den Pfeiltasten irgendwie oder sowas in dem Stil hält. Bisschen höher hier. Da wird das hier nochmal ein bisschen niedriger. So als Gesamtkonzept hier. Dass man halt mit möglichst ein bisschen Schwung hier reinkommt. Dann ein bisschen gerade Strecke, dass man... Oder mal ein bisschen andere Kräfte hier erfährt. Das ist doch schön. Hier vorne kann man tatsächlich noch ein bisschen gerader. Das ist doch geschmeidig. So, also ich habe den Eindruck bei dieser Schräglage, dass er da halt hier quasi mit berechnet, wie da die Kräfte sind. Dass er halt versucht hat, möglichst die Kräfte okay zu halten. Ah, das ist nicht verkehrt. Die Werte, oh, die Werte waren gerade gut. So, ein bisschen besser, ein bisschen geschmeidiger. Ich hoffe mal, sonst geht das Ding hier, das ganze Gerät. Es wäre fast schön, das hier tatsächlich noch niedrig zu halten, ne? Wenn man das so macht hier. Dann haben wir noch ein bisschen Schwung hier vorne. Dass man das mal so macht. Das wäre auch nicht komplett verkorkst, ne? Ein bisschen Randletten. Genau, dass man hier ein bisschen schöner rankommt. Ich weiß nicht, ob es dadurch weniger aufregend wird, aber zumindest... Es wird halt irgendwie... Und mitfahren. Oh Mann, Ray. Ist fast ein bisschen schnell geworden. Aber genau so muss das sein. Das ist die Schräglage ein bisschen sehr hoch vielleicht. Huggel. Ah, es ist gut hier, es ist besser. Muss ich auch noch mal ein bisschen ansmooten, aber ansonsten geht's. Deine Hügel war so ein bisschen sehr lahm. Doch, da sehe ich schon, da zieht es den Leuten schon die Falten aus dem Gesicht raus. Das geht. Und dann kleine Airtime zum Ende und dann ist es gut. Damit man auch... Damit auch der Letzte noch so ein bisschen was verliert. Und dann ist es Judy. Was war das hier vorne, war das, ne? Das war ein bisschen sehr knapp bemessen. Kann man das hier glätten vielleicht? Ja, ist schön. Das hier ein bisschen noch... Noch wieder ein bisschen nach hinten ziehen. Und da die ganze Schräglage mal so ein bisschen hier hinbekommen. Geht das? Ja, sieht aber gut aus. Wenn man das glättet, macht das enger, ne? Ist auch nicht komplett verkehrt. Nö. Das hier war zu hoch, glaube ich. Der war nicht aufregend genug. Fand ich so spontan. Wobei ich echt mal auf die Werte achten sollte von dem ganzen Aperillo hier. Ja, hier nochmal ein bisschen mehr nach außen vielleicht. Ja, wobei, das geht auch nicht. Hilft auch nicht so ganz. Bisschen geglättet, bisschen die Schräglage da wieder reinbringen. Weil hier hat man schon ein bisschen Schwung drin. Hätte ich mal gesagt. Wo hatte mir das nicht gefallen? Hier hinten war das. Da war die Schräglage ein bisschen sehr komisch. Das ist so doch schon mal besser. Hier oben darf es gerne so ein bisschen gerader werden schon mal. Wenn man halt schön hier auf diesen oberen Teil hingetrimmt wird. Es kann aber hier tatsächlich ein bisschen höher sein. So. Ich denke mal, die ist gut. Ich fahre da noch einmal mit und dann machen wir den restlichen Teil später. Mit irgendwie Deko-Gebäude drum bauen. Bisschen szenarieren sowas. Diese Stahlträger hier. Sie wollen die Kette schneller machen, ne? Na, ist egal. Bleibt so. Bleibt so. Sollte sich jetzt nicht viel verändert haben. Aber zumindest nochmal so eine finale Prüfung. Ich bin jetzt quasi der Tüft, der das alles abnehmen muss. Was ich da selbst zusammenfabriziert habe. Das Praktische ist, mich selbst zu bestechen, ist tatsächlich nicht so teuer. Das geht. Kleine Hobel ist sogar okay. Sorgt ein bisschen für Stimmung. Das ist deutlich schöner, ja. Auch gut. Ja, ach guck mal. Ah. Da kann man sich ja fast nebenher irgendwie Kaffee kochen. So geschmeidig ist es da. Ist ja toll. Auch gut, ja. Man merkt schon, dass der hier durchaus schneller wird. Man könnte an der Stelle, wenn er komplett langweilig sein sollte, könnte man da tatsächlich nochmal kurz den Boden ein bisschen absenken und dann noch einen Zentimeter tiefer bauen. Pimpen mal Achterbahn, dass man da entsprechend ein bisschen was reißen kann, ein bisschen was bauen kann. Aber ich glaube, dass die Bremsen hier nicht die richtigen sind. Mal so gesehen. Ich weiß nicht, ob das hier die passenden... Ne, es sind keine Blockbremsen. Genau. Das war das Problem hier. Das heißt... Ja, das Ding ist halt ein bisschen schief dann. Deswegen muss das ich von... Nein. So, jetzt eine Blockbremse hier. Damit ich dann noch einen zweiten Zug drauf bekomme. Okay, und da sind die Bäume im Weg. Geil. Nein, das wollte ich nicht. Immerhin habe ich keine Geldschwierigkeiten mehr jetzt gerade mal. Das geht. Bäume wegreißen hier. Wenn wir schon dabei sind, dann kann ich tatsächlich dem Boot noch ein kleines bisschen hier runterschubsen. Das ging sehr schnell. Und dann geht das so. Genau. Dass man das ein bisschen drehen kann hier. Schön, dass das einem dann direkt so an die Hand gelegt wird. Auch mit diesem Knick da vorher ist auch noch... Das ist auch wunderschön. So, dass da nochmal hier so ein kleiner Knick mit reingebaut wird. Ah, es geht sogar. Es sollte gehen. Ähm... Kann man alles tiefer legen, ne? Glaube ich. Moa. Ja, ach schön. Das könnte für Stimmung sorgen. So, das passt. Wunderbar. Nochmal testen lassen hier. Eingang platzieren. Ich bin auf die Werte gespannt. Oh, Eingang. Ich wollte hier drunter bauen, ne? Ja, machen wir denn hier hin? Äh, Ausgang... Äh, da hin. Schön auf das Raster gebaut hier. Dann haben wir da auch schon mal was gerissen hier. Und das ist ein bisschen zu weit. Machen wir sie einmal ein bisschen... äh, bisschen gerader hier. Auch nicht gut. Kann ich nicht gerade bauen? Doch, ich kann gerade bauen. No, wo noch Bärchen? Haben wir schon Ergebnisse? Ne. Aber Spaß. Ui, der knüppelt aber mal richtig hoch. Wo sind sie denn? Ach, hier unten. Weil die sind ja so schnell fahren. Alles klar. Genau, deswegen würde ich gerne öfter eine Bahn haben, die auch schnell fährt halt. Weil das Späße bringt. Zu allen Seiten. Das ist zu niedrig. Ähm... Hätten wir hier auch noch runterziehen können, bis... Das ist ganz blöde Ausgang. Warte mal. Vielleicht geht das doch nicht. Vielleicht baue ich den auch woanders hin. Das ist halt wirklich sehr knapp gerade mal. Machen wir das anders. Baue ich den halt außen rum. Sollen die halt hier lang gehen. Meine Güte, die sind nicht zum Spaß hier, die Leute. Kann auch mal einen Umweg gehen. Wie blockiert? Nichts da blockiert. Was sind hier bitte blockiert? Nicht, dass ich jetzt hier keinen Ausgang bauen kann. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Da kümmern wir uns um diese total problematische Problematik. 6,45... 4,56... Und... 1,72. Das sind super Werte. Sehr gut. Schön. Gefällt mir. Ist genehmigt. Ist vom Platzverbrauch auch okay. Ist jetzt nicht so das verfrickelste Ding. Aber das passt schon. Hat Looping drin. Hat Spaß. Äh... Heatmaps hier. Spons ist überall, wo man schnell fährt. Und auch da drin. Das ist gut. Wobei, hier vorne fährt man nicht schnell. Ähm... Nervenkitzel ist auch da. Übelkeit. Äh, warum ist das so viel? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es schräg gleich falsch. Geschwindigkeit. Ist auch okay. Joa. Okay, Beschleunigung. Ja, ja. Airtimes hier. Aber sehr eindeutig. Da, da, da. Sind so ein paar drin. Ist gut. Hat was. Das Ergebnis, äh... Tiefster Fall. 24 Meter. Ist nicht viel. Airtimes hier da. 6... 3,4 Sekunden. Alles klar. Schöne Sache. Schön gebaut. Äh... Herzlichen Dank fürs Zuschauen bei Planet Coaster. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel zu lange Folge. Mal wieder.